Das Spiel ist heute unser Gast, spielt nur mit Einbauspielern und der jüngste Kampfmannschaftsspieler ist erst 16 Jahre alt. Der Trainer heißt Niederländer, ein ganzer Bus mit Fans und Freunden ist hier eingetroffen. Herzlich Willkommen SV Woltan. Der Trainer heißt Niederländer, ein ganzer Bus mit Fans und Freunden ist hier. Der Trainer heißt Niederländer, ein ganzer Bus mit Fans und Freunden ist hier.